Valentin, der sagt dann, was die dabei anhaben. Dieses Jahr habe ich ja Glück. Alles, was ich mit Renata mache, wird zum Erfolg. Und ich kann auch gewinnen. Profi-Challenge, jetzt hier die Weltmeisterschaft. Deswegen, ich höre nur noch auf meine Frau. Jetzt müssen wir den Damen noch beliebter. Okay, können wir einmal den Schachttisch haben, bitte? Ich weiß nicht, woher kommt er. Wir haben einen stark geprüften Schachttischträger. Aber STT, Schachttischträger, der macht sonst nichts anderes. Du musst ein bisschen weiterlaufen, weil wir schnell den Schachttisch vor das Pobio. Ja, jetzt musst du den wahrscheinlich einmal drehen, weil Schwarz ist auf der anderen Seite. Siehste, habe ich aufgepasst. Ein bisschen weiter zurück. So, it's not for you to play. You know playing chess? No. Ja, mach das. Weißt du? Schön. Danke. Applaus für den STT. Meine Damen und Herren, viel von Glück mit Chess, mit den Weltmeistern, mit Renata und Valentin. Lucy. Lucy. Applaus für den Weltmeistern. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.